Heute gegen 11.50 Uhr bekamen wir Erkenntnisse über einen 34-jährigen Mann, der heute in den Vormittagsstunden vom Sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Bielefeld aufgesucht werden sollte, den Zugriff oder den Zugang vielmehr verweigert hat, von innen mit Eisenstangen gegen die Tür geschlagen hat und es ist im Moment nicht ganz klar, ob er suizidale Absichten hat oder warum er nicht aus dem Haus kommen will. Inzwischen gibt es einen Einweisungsbeschluss für diese Person, die psychisch krank ist und wir bemühen uns im Moment zu dieser Person Kontakt aufzunehmen. Wir hatten bis jetzt die Möglichkeit, sowohl über direkte Ansprache von außen wie auch über telefonischen Kontakt zu dieser Person zu kommen. Im Moment ist mir nicht bekannt, inwieweit das gediehen ist. Naja, die haben geklopft, haben gesagt, es ist ein Polizeieinsatz, wir müssen die Wohnung verlassen. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.